Wusstest du, dass drei Signale deines Körpers dich erkennen lassen, dass du unter Angst beim Sex leidest? Männer, die diese Signale erspüren können, werden wissen, wie sie die Ängste beheben und sich beim Sex besser fühlen. So kann der Körper das tun, was er kann, nämlich den Penis auf natürliche Art und Weise steif pumpen zu lassen. Deine Partnerin wird erstaunt sein, du wirst glücklich sein und bleib jetzt einfach mal dran. Mein Name ist Dils Sturius, ich bin Sexualtherapeut und Hypnotherapeut. Bevor wir loslegen, lasst mir bitte ein Like, ein Teilen des Videos und ein Abonnieren des Kanals hier. Es gibt fast kein Thema, das Männer mehr beschäftigt, als das gute Funktionieren beim Sex. Ein kleines Beispiel dazu. Ein ehemaliger Client von mir, nennen wir ihn einfach mal Max, war sehr besorgt darüber, dass er oft keine Erektion bekommen konnte, wenn er mit seiner Frau intim werden wollte. Schon bevor es zur Sache ging, zweifelte er, er verkrampfte, sodass seine Erektion zum Erliegen kam. Das hat ihm unter solch einen starken emotionalen Leihensdruck gesetzt, dass er sogar noch mehr Ängste und Unsicherheiten sogar im restlichen Leben bekam. Er wusste nicht, dass tiefere Ängste die eigentlichen Auslöser sind und war verzweifelt. Lass uns mal gemeinsam herausfinden, welche drei Signale andeuten, dass da Ängste beim Sex da sind. Wie fühlen wir denn Angst überhaupt? Angst hat viele Symptome. Schwitzen, ein schnellerer Herzschlag, eine flachere Atmung, eine Beklemmung, eine Verkrampfung in der Brust oder im Bauch. Der Kopf schaltet sich ein, weil er versucht, diese Gefühle abzuwehren und nicht zu spüren. Deswegen bist du dann abgelenkt von deinem Körper. Die aufkommenden Gedanken, die dann in dem Kopf entstehen, können sogar sehr negativ sein. Du denkst dann vielleicht, es ist kein Wunder, wenn meine Frau sich jemand anderen sucht. Oder ich bin doch selber daran schuld, wenn es nicht funktioniert. Ich will ja, aber ich kann einfach nicht. Du lehnst dich selber ab und bist sauer auf dich. Bewusste Strategien, wie einfach entspannen, nicht daran denken, bringen oft nichts und rufen sogar eher das Gegenteil hervor. Denn unter der Oberflächenangst liegt immer eine Tiefenangst. Denn es gibt zwei Arten von Ängst. Die oberflächliche Angst, die sich die Situation oder das Objekt sucht. Und die Tiefenangst, wo die wirklichen Probleme da sind. Die Oberflächenangst sucht sich einen einfachen Inhalt, wie zum Beispiel die Sexualität. Wenn man ein wenig nachdenkt und tiefer in sich reinblickt, dann wird man feststellen, dass es bei der Sexualität aber nichts Objektives zu befürchten gibt. Deswegen greift eine alte Psychiaterregel. Finde die Tiefenangst, die unter der Oberflächenangst liegt. Heile die Tiefenangst und die Oberflächenangst, also die Versagensangst vom Sex, wird sich in Luft auslösen. Oftmals sind in der Tiefe die wirklichen Ängste verborgen und diese müssen gefunden und gelöst werden. Wie das geht, das will ich dir jetzt im nächsten Schritt erraten. Um die Tiefenangst zu lösen, braucht es Zeit und Geduld. Es geht darum, das sexuelle Feeling zu entwickeln und bewusst zu erleben. Ein effektiver Ansatz ist natürlich eine Kombination auf Sexualtherapie und Hypnotherapie. Diese Methoden helfen dir, die tiefsitzenden Ängste ausfindig zu machen und zu heilen, was sich von den Beklemmungen und den negativen Symptomen befreien wird. Und da kommen wir halt zu einem großen Problem. Viele Männer verdrängen jahrelang das Problem, dadurch steigt der Leidensdruck, die Folgen werden nur noch schlimmer. Wenn du diese Signale bei dir erkennen solltest und deuten lernen möchtest und die Tiefenangst für dich beheben möchtest, dann komm mit uns in Kontakt. Terminkalender findest du in der Videobeschreibung. Teile, like das Video und abonniere den Kanal. Ich freue mich auf dich. Bis dann, Daniels. Ciao, ciao.